Hi. Wo warst du? Ich hab dich gesucht. Ich hab kein Geld gekriegt. Lüg mich doch nicht an. Was mit Nadja? Nadja interessiert mich den Scheiß. Weißt du... Ich hab viel nachgedacht im Urlaub. Naja... Da ist mir klar geworden, dass wir... Wir passen echt total gut zusammen. Und wir müssen aufpassen, dass uns jetzt niemand kaputt macht.